Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elie Gella, ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Also Late-Night-Placement, ihr könnt momentan über 30% Rabatt sparen bei Display-Freunde, die mal genetischen Poster, kennt ihr glaube ich schon, gibt's mehrere in Filmen oder hier gibt's welche von Elden Ring. Safe, sei dass ich mir eins hole. Elden Ring, kann sein, dass ich mir das hole, sag ich. Ja, auf jeden Fall gibt's hier wirklich alles, also gefühlt alles ab. Drei Displays spart ihr über 30%, Freunde, die genauen Zahlen könnt ihr euch nochmal da angucken. Über diesen Link hier, über diesen Link, ausrufezeichen Display, könnt ihr gerne abchecken. Wir wollten jetzt Codename spielen, mit Vini und Sydney auf jeden Fall, weil es kam sehr gut an. Viele haben gesagt, dass sie es lustig fanden. Also wir sind auf jeden Fall zu drin, es fehlt noch einer. Die Leute, die gerade von Elie rüberkommen und fragen, ich, Bro, ich bin über mobile Daten in Finnland gerade online. Ach du Scheiße. Das wird ein bisschen schwierig für mich gerade irgendwas, äh, da irgendwas hinzubekommen. Warum ist der Mann in Finnland? Eldos war der Wirt. Digga, mit Eldos, der, also mit Eldos Spielen-Chat, da kracht's komplett. Einmal, einmal ist der eine aus dem Team, äh, Team Ermittler und der andere ist dann, also wir wechseln. Zwei Runden. Zwei mal um zehn Subs? Lass um fünf. Um fünf, ja, ja, fünf. Lass, lass um fünf. Soll ich, ähm, Elie, was du gesagt hast? Zum Beispiel, Sydney, bei dir ist alles weiß, ne? Die ganzen Wörter, die ganzen Wörter, die weiß. So, ja stimmt, er sieht rot und blau. Ihr müsst die roten Wörter, er, er gibt dir Tipps für rote Wörter. Du weißt, du weißt? Aber nur ein Wort darf er sagen, ne? Er, er darf nur einen Hinweis geben als Wort. Verstehst du, Bro? Ja, ja. Lass dich auch nicht auf Trashtalk da ein. Chat, und jetzt seht ihr, wie, was schlau im Leben ist. Zwei Runden. Also, es ist relativ süß, ich würde ganz klar mit dem Appel gehen. Boah, da krieg ich viel. Sehr gut, Bro. Erstmal reinkommen, erstmal, erstmal, erstmal einen Pass am Mann bringen. Erstmal Pass, wir werden gewinnen, Bro. Ich hab jetzt schon Gedanken im Kopf. Ich hab jetzt schon richtig krasse Gedanken gemacht. Ja, hier ist Sydney, du schaffst das. Ja, oder? Das ist nicht mehr. Okay, Sydney. Das muss da sein. Ja, der Finger war schon wieder, aber geil. War krass, Bro. Der Finger war geil. War krass, Bro. War krass, Bro. War krass, Bro. Nein, aber der Apfel war krass. Wie machen wir es? Wie machen wir es? Ich hab halt ein, ich hab zwei Sachen, wo man, die halte ich mir noch auf. Ich geh Risiko. Ah, warte, 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 warte. Okay, doch, das checkst du. Okay, okay, okay. Und damit ficken wir sie. Damit ficken wir sie. Wenn wir berühmt gehen, dann gehen wir mit Sachen, die berühmt sind. Also, ich würde als erstes mit Madonna gehen. Ja, und weiter weiß ich jetzt nicht. Madonna. Bro, wo drückst du hin? Nein, Willi hat sich verdrückt. Willi hat sich verdrückt. Okay, weiter geht's. Hab sie. Hab im Kopf. Hab im Kopf. Okay, hab im Kopf. Hab im Kopf. Okay, okay, Sydney. Okay. Stern wegen berühmt. Star. Star. Berühmt. Alles andere. Du bist smart. Was ist denn das? Stimmlage. Denk schlau. Denk schlau. Was ist denn das? Denk schlau. Schlau. Ich glaub, ich weiß, was du meinst. Also, das ist sehr gut. Weißt du überhaupt, was das ist? Digger. Normal, ich hatte damals Musik dran nicht. Wenn du das jetzt checkst, Bro, dann ohne Witz, dann sind wir auf einer Welt und beende deinen Zug. Du kannst die jetzt richtig, du kannst die, du kannst jetzt richtig einfach, ja. Chat, ich will jetzt eine 4 hinschreiben, einfach nur das Wort 4, wegen 4 Sterne auf der Brust, Deutschland, und er muss im Kopf haben, dass ich damit meine, Madonna, Stern und berühmt. Ich hab richtig gute Wörter, ich hab richtig gute Wörter. Glaubt ihr, er checkt es? Kommt da raus? Eli, ja. Boah. 42? Oh, okay. Nicht 42. Das ist Mustiala. Er muss erst, nein, nicht 42. Er wird schon, ich komm, er hat sich nicht an. Mustiala ist 42, er ist Deutscher. Ja, okay. Bei berühmt bin ich mir sicher, dass es Madonna ist. Bei 42, das einzige 4-2 ist Kiffen. Nee, 20 ist Kiffen. Ist Mustiala. Wenn ich euch den Gedankengang reinkloppe. Er hat noch einen, hat noch einen. Ich glaub, ich hab den Gedankengang, Eli, aber. Hast du ihn? Ich glaub schon. Aber das war nicht Deutschland, oder? Doch, war Deutschland, war Deutschland. Zittne, diese. Schlecht nicht. Nein, nein, nein. Das ist geisteskrank. Wenn er sich das im Kopf zusammenrechnet, ist das brutal, Bro. Willi, wenn nicht, wir haben zwei richtig, dann mach Lock. 4-2. Ich kann dir keine Tipps geben. Wenn nicht, dann mach gar nichts. 4-2. Willst du mir vielleicht eine Sexstelle? Nee, okay. Ich mach's erstmal weg. Okay, hab. Schnellfrei. Oh Gott. Absolut muss eigentlich viel gehen sein. Mein Bruder. Ach, Chat, guck mal. Ich kann nicht kalt machen wegen Arktis und Pinguin. Ich kann nicht Auto machen wegen Gas und Rad. Man tippt da schon wieder so. Wir haben Stress. Kommt da wieder was Krankes? Nee, die werden gleich choken. Die werden gleich choken. Nee, wenn wir einzeln machen und ihr macht jeden zwei, dann haben wir gewonnen. Ihr werdet gleich choken. Nee, nee. Ich seh ja deren Wörter, Willi. Ich weiß, dass die werden choken. Ich seh ja, was offen ist. Guck mal, Bro. Eli, geh nochmal auf einen Zweier vielleicht. Ist sehr schwer. Easy, Bro. Hast du, hast du. Easy. Ist hochklettern ein Wort, Bro? Ist hochklettern ein Wort? Natürlich. Hochklettern ist ein Wort. Ja, hab ich auch gesagt. Gib mir zwei, Eli. Irgendwie. Ich mach erst mal so. Sicher. Ja, es ist Willi. Mach erst mal einen Zweier. Das kann nur eine Wand. Du bist überwacht mit einer Wand. Ach, das ist Gude, macht keinen Sinn, Rad, Gas, macht auch keinen Sinn. Die werden gleich choken. Soll der Rizzler dir jetzt zwei geben? Willst du zwei oder nicht? Yes, Eldos! Wir müssen nicht, aber... Der seltsame Rizzler ohne Beweis. Ich mach zwei, ich mach zwei. Okay, hier. Nimm, Bruder, du schaffst das. Ob erst du schaffst das. Hier, der Bratimoil, komm. Mittel, Alter. Okay, eins. Und ich sag, es ist klar. Gas vielleicht? Der Säbel. Was anderes macht keinen Sinn. Ja! Mach doch mal vier, zwei, denkst du, dass du ein Hexenwerk zweit machen kannst. Chat Natur geht nicht. Er könnte so viel... Er könnte Natur... Dann weiß er, dass es kein Lebewesen ist. Aber ich hab Angst, dass er vielleicht auf Moos kommt. Wegen Moos. Wie willst du sonst Moos? Weißt du, was ich mein? Sobald man ums Schwarze kommt, ist er over. Ich wollte Polarstern, aber das geht ja auch nicht. Wegen Stern. Wegen Arktis. Das ist alles... Bro, mein Kopf rattert gerade so krass. Willi, ohne Witz, ich hätte so ein krasses, aber darfst nicht machen. Okay. Gib, dann mach's ein bisschen leicht. Nimm das eine Wort weg, was da ist, und dann kann ich's mir vielleicht zusammenreihen. Okay. Jetzt kommt, was durch ganz krank ist. Also wenn... Das... Boah, das ist... Das ist wirklich krass. Polarstern. Polarstern ist krass. Polar, Arktis und Stern. Ich wollte Polarstern, aber das geht nicht. Also nur Polar hingeschrieben. Das war stark. Das war stark. Macht's nicht. Sehr gut. Das ist ein gutes Spiel. Guto! 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 Junge, wie kamst du auf Polar, Digga? Ich wollte Polarstern, und dann hat es... Geht aber nicht wegen Stern, und dann hat er gesagt, dann mach nur ein Wort. Warte, kann Eli seine gleich kombinieren? Sonst könnten die finishen. Aber dann haben die gar nichts mehr nachher zu tun. Darf ich das sagen? Also, ich kann das sagen, oder? Sag, Bruder. Ich könnte Ihnen aber auch einen Tipp geben. Glaubst du, ich komm da raus mit dem Wort? Ja, safe. Genau so. Sag ich safe. Hier. Wenn du safe sagst, Autoknopf. Ja, ne? Digga, was macht mir so ein Drama daraus? Autoknopf. Ja, Bruder, ich will nicht, dass ich dann beleidig bin. Ja, okay, Fini. Ich hab die ganze Zeit überlegt, das ist... Guck mal. Eli, ich weiß ja noch, das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das Wort von berühmt... Das darfst du ja auch nicht sagen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich das schon übernommen habe. Das ist das Problem. Scheiß auf, Willi. Ich mach jetzt, damit es weitergeht. Aber ich... Bin ich mal gespannt. Last, 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 Joint. Das ist doch nicht schwer. Na, dann mach mal. Ja, dann mach mal. Ja, sehr gut, sehr gut, Nico. Sehr schön, Nico. Ein Joint und ein Gas. Was haben die zusammengegangen? Vielleicht wegen Feuerzeug. Feuerzeug mit Gas. Ist das mit Gas gefüllt? Ja, Digga, Eli, ich sag's dir so offen und ehrlich. Ich tendiere zwischen zwei Stück. Ich tendiere zwischen... Was? Was hältst du hier an? Schreib mal, bei Mozart. Ich tendiere zwischen Gas und Moos. Und ich würde mit Moos gehen. Digga, es ist auch so ruhig. Keiner sagt mal. Das darfst du ja nicht sagen. Nein, Junge, wenn du schitterst, ist es vorbei. Ich sag ehrlich, ich bin auch nicht sauer, wenn du es verkackst. Weil es ist wirklich schwierig. Ich sagte, der Verklicker war es am Anfang. Aber es ist okay. Ja. Wir hätten schon gewonnen. Okay, ja, scheiß drauf. Ja. Oh, nee. Das ist Rad. So wegen Rollen. Digga! Warte, warte, warte. Wieso Rad? Wegen Rollen. Rollen, Jointrollen. Digga. Ja, ich hätte Moos und Gas. War schwer, Bro. Das war geil. Ja, Moos. Ich wollte erst mal Rasen. Irgendwas mit Rasen, habe ich überlegt. Aber geht nicht. Wegen Moos. Alles, was grün ist, geht nicht wegen Pflanze und Moos. Also, das ist glasklar und geht ganz klar ein Signal, wohin es geht. Das solltest du hinbekommen. Umut? Ja, jetzt nicht, wenn er es ist. Ich gucke erst mal Wörter. Achso, ja, okay. Sagst du RB, wäre es nicht gewesen? Doch, aber damit mit Umut kannst du noch mehr anfangen. Okay. Irgendwas Safe ist. Ich glaube, wo ich... Ich fand es richtig cool, wo ich 100.000 Abonnenten geknackt habe. Ja, Moos. Ja, doch, doch. 100 Prozent. Ganz einfach. Das sind wir gedacht. Ja? Zwei. Ja. Es muss Rapunzel sein, auf jeden Fall. Märchenbuch. Atlantis. Also König, dann könntest du ja in Krone oder so hinschreiben. Ich mache Atlantis. Weil Atlantis hat ein bisschen mehr... Aber wir sind Risiko gegangen. Ich weiß safe, dass es König ist. Du kannst weitergehen. Ich will Risiko hingehen. Als ob. Aber du weißt, ich bin nicht so schlau. Also, was ist irgendwas dummes sein? Eigentlich macht es Sinn. Weißt du, was es ist? Ja, ja, Musik. Ja, also Konzert kommt da jetzt in enger, der Ding. Konzert. Ah, ah. Boah, ich hätte Vorhang. Vorhang vielleicht? Vorhang auf? Boah, Vorhang oder Stück? Oder Stück, ja. Ich mache mal ein Konzert weg. Hier, Stück. Stück oder Vorhang? Ich mache Stück. Oh, man kommt mal. Okay, man. Du kannst jetzt auch auf den Doppelten gehen, wenn du willst. Ich habe was, aber eins kann uns ein bisschen vor die Haustür scheißen. Dann mach ein Lock. Dann mach ein Lock. Also, ach, Digga, du darfst es mir nicht sagen. Willst du jetzt, dass ich drei Sachen nehme? Ja, du darfst nicht antworten, aber du hast zwei hingeschrieben. Genau. Okay, willst du, dass ich drei auf drei Sachen gehe? Also, es muss, es muss, König. Es muss König sein wegen vorhin, das Ding, so. Dann muss es Jerusalem sein. Was ist das dritte, ist jetzt die Frage. Ja, wenn er so reagiert hat, gibt es wahrscheinlich kein drittes. Ja, dann wird es kein drittes geben, wenn er so reagiert hat. Digga, du warst das andere, macht dir keinen Sinn. Aber du hättest einfach gar nichts sagen sollen. Ich mache das weg einfach. Das ist easy. Ich mache gar nichts. Okay, Start. Easy. Musst rum. Ja. Wenn du Risiko gehen willst, ne? Würde ich jetzt zwei Wörter nehmen. Aber dazu musst du ne Kombination finden. Und ich weiß nicht, ob diese Kombination, ob du genau auf dieses Wort kommst. Mach dein Ding. Ich vertraue dir. Ich kann ja abbrechen. Wenn ich merke, dass es zu schwer ist, dann kann ich ja abbrechen. Ja. Dann weiß ich aber, dass es zwei sind. Ein Werkzeug. Zollwerk. Zolldingster. Zollstock, wenn du das meinst. Und noch ein Werkzeug. Messer. Die beiden Sachen würde ich sagen. Messer als alles andere macht keinen Sinn. Es ist Säge. Auf jeden Fall. Und dann ist es jetzt Zoll oder Zollstock. Meinst du Zollstock, Bro? Oder meinst du Messer? Aber wenn du so geredet hast, dann würde ich sagen Zollstock. Wenn es schwieriger ist. Oder Messer. Messer als Werkzeug gibt es auch. Ist halt ein leichter Anscheißer. Ich könnte auch ruhig machen. Dann weiß ich schon mal, dass es Zoll und Messer ist. Und könnte für die nächste Runde gehen. Und dann am Ende, wenn es knapp wird, mache ich einfach 50-50 mit Messer und Zoll. Das ist, glaube ich, der Call. Zollstock oder Messer. Beides ist ein Werkzeug. Oh, das ist doch nicht. Okay, Bro. Überweisung 1. Eine Überweisung 1. Ist Gehalt. Digga, was haben die für Wörter, Bro? Gehalt. Rom. Eli, ich habe wieder was krasses mit. Ein Kombiding. Ein Kombiding. Okay, mach. Ketchup. Schnitzel. Isst man dazu? Vielleicht blinken. Also alles andere macht keinen Sinn. Messer. Flur. Also Flur macht keinen Sinn. Form macht keinen Sinn. Stand macht keinen Sinn. Ketchup-Stand. Haut-Dom-Stand. Forst macht keinen Sinn. Riegel macht keinen Sinn. Ninja macht keinen Sinn. Fassung nicht. Pazifik nicht. Bande nicht. Zoll nicht. Bock nicht. Ach, Bro. Schnitze auf jeden Fall. Ja. Und das andere ist, würde ich sagen, Brötchen. Ja, gut. Bravo, Jalla. Das war ein Oktober. Ich könnte die Weckenhund auf Messer oder Zoll gehen. Sag aber nichts. Dann sind die so im Arsch, Digga. Wald. Nein. Irgendwas wegmachen. Sidney, da steht nichts. Der hat sich verschrieben. Schau mich nicht verschrieben. Doch, Bro. Wo ist Sidney hier? Bro, Pazifik ist doch kein Wald, oder? Also es ist entweder Forst oder Pazifik. Becker, ey. Pazifik. Bist du dumm? Du könntest doch nicht mehr nehmen, wenn er weiß. Forst heißt Wald. Pazifik. Das wusste ich nicht. Ich dachte, Forst heißt so irgendwas mit Eiswald, sowas. Ja, ja, ja. Ich bin mir sicher. Hau rein. Das ist knacken. Spiel. Nee. Das war's. Wir haben gewonnen. Nein. Er weiß es. Meinst du ein Ninja-Spiel wegen Streamer und der hat ein Messer in Fortnite, oder was? Digga, das ist scheiße, Willy. Spiel ist scheiße, Bro. Du darfst nicht sagen, mute dich. Ja, was? Zoll hat nichts mit Spiel zu tun. Zoll hat überhaupt nichts mit Spiel zu tun. Also muss es Messer sein. Ach, Digga. It's over. Nee. Oh mein Gott. Die müssen noch eins drauf. Es ist doch so klar, dass es over ist. Digga, also bitte erklär mir, was Zoll mit Spiel zu tun hat. Bitte. Erklär es mir, Willy. Messer irgendwas, weiß ich nicht. Messern im Call of Duty. Messer in CSGO. Messer, ein geiles Messer in irgendeinem Spiel. Also. Boah, ganz easy, Ninja. Ganz easy. Erklär mir, Willy. Erklär mir, erklär mir. Stand. Ich hatte zwei Kämpfer Angst, dass du den Bande nimmst. Spielstand, Spielzoll. Ich hätte das Freak nehmen können. Da müsste ich Ninja. Willy, warum Spielzoll, Bro? Spielzoll? Spielstand. Ja, okay. Und das Spiel, das Zoll hatte gar nichts. Das war der Zollstock noch. Ich dachte, du hast das auf dem Schirm. Der Zoll. Ja, aber du hättest doch eins. Du hättest doch eins schreiben müssen. Ich hab ja, Spiel war für Stand. Ja, aber du hättest dann eins schreiben müssen. Nicht zwei, weil ich hätte eh zweimal wählen können. Ich hab gedacht, du darfst dann zwei auswählen. Nein, ich darf eins. Ich überlege dir gerade ein Vierer-Ding zu geben. Alter, woher hast du jetzt dieses Selbstvertrauen verwachsen? Ich überlege es mir. Es geht doppelt oder nichts. Dann zwangst du schon mal wohl. Ich überlege ihm das Thema irgendwie so mit Sex-Ficken oder so. Sack, Fisch und irgendwie was, würde ich sagen, vielleicht so mit Schrank. Ein Regal aufbauen, ein Schrank. Ich glaube aber, das ist zu viel für ihn, oder? Okay, scheiße. Wir machen erst mal. Wir machen erst mal. Der hat doch reingetippt. Ganz aber. Nee, nee, nee. Ich mach erst mal. Zylophon, Kippe. Komm, ein Einser. Ja, Einser. Von Vier auf Eins, okay. Ach du Scheiße. Oh, Landtier. Tiere, wie viele Tiere gibt es? Känguru, Bär, Fisch. Bär und Känguru. Ich mach mal Känguru. Dann mach ich mal Bär. Das ist auch sehr leicht, ja. Propion, Land, Fisch. Ja, Propion. Das war es, Marvin. Ey, da wir übrigens. Das war sehr gut, sehr gut. Egal, gut, gut. Es war ja geplant, dass du den anklickst. Du wusstest, dass es so kommt, Lord. Ich gehe auf ein Zweier, ja. Ich müte mich kurz. Brotschale zu verbinden. Auch so Schmalz. Das kannst du auf ein Brot schmieren. Schlüssel. Das sind alles so, das sind voll die gechillten Sachen. Ich mach erst mal, ich mach erst mal See. Ich mach erst mal sowas hier. Sind das jetzt zwei oder eins? Nein, nein. Ja, das ist ein Auge. Du siehst mit dem Auge. Eli, du musst... Oh, wenn du wüsstest, was die für Wörter haben. Was laberst du? Ich schreibe jetzt. Aber Eli, das hat ja noch den einen von drei. Wir haben noch einen Land hier. Wer muss denn hier von euch... Das ist gar nichts. Hey, das darfst du ihm nicht sagen. Ja, so langsam schummelt er hier rum. Das ist schmiertisch. Langsam schummelt er. Ja, das darfst du ihm doch nicht sagen. Er dachte, es ist noch eins da. Du sagst, du so machst du schummelt es, Digga. Ich will da nicht mal zur Debatte eigentlich. Also, du kannst kombinieren... Ich hab was im Kopf, ja, aber... Okay, ganz kurz. Du kannst was kombinieren. Ich mach jetzt was, okay? Ja, mach. Ich hab sogar eine Kombi im Kopf. Ja, du weißt doch gar nicht, was ist. Ja, aber ich hätte jetzt Wörter, die man kommunikieren kann. Ja, du, ja, nice, bro. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Papier, Wehrschrank, Schein, Zone, Note, Mikroskop. Einen Absatz, ein Knopf, ein Brot, eine Schale, Zylinder. Ja, Digga, Meer ist Küste. Meer ist Küste beispielsweise. Und Meer macht einen Schein, Abzeichenschlüssel, Zeit, Zylinder, Sack, Säure, Ball, Mikroskop, Schrank, Brot, Fisch. Sehr gut. Yeah! Das war ein Röp-Kombi. So, jetzt haben wir beide... Wenn die einen Zweck bekommen, haben wir gewonnen. Wenn sie das entscheidende Wort wegmachen. Eine Lupe, ähm, ist ein Mikroskop. Bin ich gespannt, was du machen. Ich mach erst mal so, Juni. Wir müssen dich nicht mal qualifizieren, oder? Ich glaub ich kann. Nee, ich will das Wort nicht nehmen. Zwei, wie viel? Was hast du gemacht? Eins. Guck dir die Werte an. Guck dir die Werte an, Bro. Kohlenbombe, Kohlenpapier, Kohlenschrank, Kohlenschlüssel. Hebe die Schere, wenn du das nicht findest. Digger, Kohlen. Kohlen! Hey, 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 Jungs, chill. Kohlen, halt Kohlenbrot. Bei Eli kann alles sein. Bro, jetzt wird's krass, Bro. Jetzt wird's langsam krass. Digger, warte doch mal. Kohlen Schrank. Nur Eli hat wieder die Idee. Digger, ich, 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 ich. Hör doch nicht aufs Hinten, Bro. Er weiß es schon ganz genau. Er verarscht dich die ganze Zeit. Kohlensäure. Ah! Mann, Digger. Das ist krass, Digger. Ich hab eigentlich das gut gemacht. Vor allen Dingen, du sagst jedes Wort. Kohlen Knopf, Knollen Absatz, Knollen Kohlensack. Und dann hörst du auf, bei Kohlensäure ist zu Sinn. Öffnen, öffnen. Also ich kann einen Schrank öffnen. Öffnen war's scheiße. Öffnen ist kacke. Mit dem Schlüssel etwas öffnen. Ja, das ist einfach. Du hast es safer. Schlüssel ist das safeste. Und das andere ist... Bro, der Rest macht keinen Sinn. Also... Ja, das ist einfach, du. Ich mach Schrank, ich bin ehrlich, ich sag ehrlich. Ja, hier. Gut zu Edos, gut zu Edos! Oh nein! Gut zu Edos, gut zu Edos, gut zu Edos, gut zu Edos! Okay, Willi, die müssen... Ich sag dir ehrlich, Edos, ich hätte auch Schrank genommen. Ja, wir hatten aber auch die leichten Wörter. Ja, auf geht's Hamburg! Ich hab's noch drin gelassen, was für ein Problem war. Hoden, einen Hoden-Sack kriegst du von mir. Ja, ist eins, ist eins. Öffnen ist immer noch das Wort, was ich eigentlich wollte, ist, es lebt noch. Aber ich rede... Ey, ohne sowas, man darf sowas nicht sagen! Ja, das hast du auch gesagt davor. Wo? Bei was? Bei den ersten Malen. Nein, ja, um euch die Regeln zu erklären. Aber du darfst ihm nicht... Ja, die Wörter angucken, aber du darfst ihm nicht sagen, das Wort ist noch drinne. Frühstück, Brot, 100%. Und knapp ist es jetzt nicht, weil du es gesagt hast. Na, Bruder, ich sehe das Gleiche wie du im Dummkopf. Das ist ja stimmt, stimmt, stimmt. Echt, ich glaube... Bruder, was kann man noch öffnen? Also öffnen kann ich eine Bombe oder eine Schale. Frühstückszeit. Aber eine Schale kann ich auch frühstücken. Und einen Knopf öffnest du jetzt beispielsweise nicht? Nee. Digga, wie soll ich Note und Zeit zusammen machen? Note und Zeit. Warte, ich mache Schale. Ja? Eines noch. Oh mein Gott, warte! Also ich glaube, ich habe... Was hast du denn gerade gelobt? Es fehlt mir noch das Öffnen. Ich glaube, Zylinder oder Bombe. Ich weiß nicht, ob ich drücken soll. Bitte mach jetzt, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Wer einen safe in zwei hat oder nicht? Ball öffnen, Ball öffnen, Zeit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro, wie random. Wie kommt man denn da? Wie kommt man denn da, Bro? Ihr hättet doch einen safe machen können. Wie kommt man denn da? Ich habe nichts gemacht. Bro, wie kommt man da auf Bombe, Bro? Boah, ich habe was richtig Gutes. Ich überlege, Chat. Schlau. Lieber Zeit öffnen. Schlau und zwei zu machen. Wegen Student und Fuchs. Studenten in der Regel schlau. Fuchse. Füchse sind auch schlau. Note geöffnet auch. Du einfach schlau. Das ist schon wieder wild. Also, Fliege ist nicht schlau. Pinguin ist nicht schlau. Digga, das ist ehrlich schwer. Geburt ist nicht schlau. Deckel ist nicht schlau. Student, Fuchs. Student! Auto. Student, Fuchs! Operation, Geburtstag, Kiel, Post. Das war echt ein guter Gold. Also, du bist ein schlauer, ein Student ist schlau. Jetzt schriftst du Tabs nach. Achso, da war ich Student. Und, und jetzt bin ich nämlich schlau im Leben. Wenn du ein Fuchs bist, dann bist du auch schlau. Wenn einer eine Sache macht, die relativ gut ist oder abgezockt, was ein Fuchs. Bausch! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schade, hab dir mal krass. Mute dich, Junge. Ja, ich darf doch sagen. Nein, muten, muten. Ja, okay, ich gehe mute, ich gehe mute. Schau mute. Zwei, pf, will er jetzt noch mehr haben oder nicht? Vier? Achso. Warte, doch, Bro. Bombe, Bombe, Bombe. Da wird nämlich die Kneipe. Sieg nur nach der Schnaufe stecken. Ich geh raus. Ich glaube, er wollte nicht mehr. Alter, das wollte ich mehr an hier, oder? Darfst du nicht sagen, darfst du nicht sagen. Das darf ich sagen. Ah. Ich bin Schimpanz. Timeout, der hat das geschrieben. Ich mach erstmal solche. Timeout. Achso, heute steigen. Ich hab mich eine halbe Stunde über eure Wörter aufgeregt. Du wirst gleich sehen, du wirst gleich sehen. Dass Ados das überhaupt nicht mal reingemacht hat, ist dumm. Da siehst du schon, dass er einfach hängen geblieben ist. Ich geh schnell. Ah ja, oh, zum Dreck. Yes. Na ja, nee, voll nice, Bro. Okay, Tier ist wirklich OP, ne? Digga, ihr habt drei Tiere. Es gibt nur drei Tiere, ihr habt alle drei. Oh mein Gott. Oh nein, fuck, man. RISTER! Hat mir heute gesagt, du musst manchmal auf sechs runtergehen. Sonst traut das nicht. Ich muss auf sechs spielen. Nee, lass einfach verlieren, Bro. Lass einfach verlieren. Doppel 10, dann verlieren wir. Digga, hangen wir. Sorry, das ist nicht so. Haben wir nix eh liegen wie Rauch? Bro, die haben, die haben, die, ich bin auch hier. Auf sechs lauf ich nach hinten, Bro. Das dauert ja zu lange. Küche, könnte, Operationen, also sowieso Kaffee. Decke, Staub, Alpenstock, Weide, Nebel, Pentagon, Kaffee. Es ist doch einfach Espresso-Schein, oder? Ja, und dann war Bombe die einzige logische. Bombe geöffnet und Stream geöffnet. Zack. Und wieder nur einer. Mann, Digga. Das ist ne. Wir wollten kurz das meistens in ein Krankenhaus. Dreck. Strecke, oh Mann. Ich glaube, das ist so ne Scheiss. Strecke, wir brauchen unsere Strecke. Wir haben nur wegen Tier. Strecke? Die wären jetzt bei sechs, wir hätten geführt, Bro. Wegen Tier. Ähm. Ja, oder er meint Staub. Es ist Straße. Oder wegen Staub. Okay, ich rede gar nicht. Wenn ich so reden würde wie die, hättest du jetzt safe drei Stück auf einmal. Ja, eben so viel, Digga. Ah, okay. Oben recht hingehen, das ist relativ simpel. Du hast im Haushalt hast du ne Küche. Du hast, Ägypten ist kein Tauschhalt, Trieb kann ich mit nix anfangen, kostet auch nicht. Ein Becken, du hast ein Waschbecken, du hast ein Wohnzimmerbecken, Küchenbecken. Ja, ja. Wohnzimmerbecken, recht nice. Bindung ist verkehrt, Decke ist ne Decke, entweder ist es, meint man damit ne Schlafdecke oder die Decke. Staub ist in der Haushalt. Ja, könnte man so auch. Also Haushalt war ein 10 von 10, Callchat. Wir gehen mit der Küche. Haushalt 4 wäre geisteskrank, ja eigentlich schon, aber das könnte ihn doch übertrieben irritieren. Hoffentlich nimmt er Staub. Staub. Warte mal! Sehr gut, Bro, sehr gut, Bro. Motor. Okay. Trieb kann sein. Der Rest ist Quatsch. Ägypten, das ist nicht. Die haben gewonnen. Könnte sein, Antrieb, irgendwie so, dass er so denkt. Ach man, Bro. Post, nein. Bindung kann irgendwie sein. Alten, aber auch nicht wirklich Sinn. Doch, auch nicht wirklich Sinn. Digga, Eldos, ne, es ist halt Eldos. Es ist Eldos, es muss nicht mal Sinn machen. Pentagon, nicht Wolkenkratzer, ich nehme das Prinzip nicht Nebel, sondern Bindung. Hier, war das richtig? Da ist los. Die haben drei Tiere. Die sind die Besten. Nein, dann beschummelt. Fuck. Fuck. Ja. Oh mein Gott, Junge, wie gut. Motorbindung. Wacht? Die haben scheiß Wörter, Eli, leichte jetzt schon. Ja? Richtig scheiß. Aber Weltklasse. Musik eins. Musik. Kurz. Ein Kurz geht. Musik Genie. Beethoven war in Chemie. Im Fach ist es auch. Oh. Neon, Hate, Burner, sie ziehen. Rock könnte es auch sein. Ja, Mann, Eldos, Alter. Rock könnte es vielleicht auch sein, wegen Rocken. Ein erster Call. Rock. Es kamen wirklich Rocks. Warte, meinst du, Eli, auch Ermittler, ja? Ich schwöre ich denen das. Oh mein Gott. Du darfst nicht sagen. Ja? Meinst du auch das? Digga, Eli, ohne dich schwöre ich, werde ich Rock kommen. Ich dachte, ich dachte nicht. Ganz kurz, ich dachte, Rock wäre falsch. Und ich hätte ihn, Digga, dass du da Rock nimmst, ne? Das ist geisteskrankt. Deutscher Fußballbund. Verband, ohne lange nachzudenken. Loge, nö, 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 Clown. Haben sie auch. Könnte auch Clown sein, nach der letzten. Wir haben eine Loge. Verband. Ja. Fertig. Digga, ich dachte, ich wollte dich auf eine andere... Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Kurs, Fach und Genie. Sag ich. Bro, was kriegen die für Wörter ab, Mann? Komm. Ja, Bro. Also, Fach und Kurs. Fast das gleiche Wort, Bro. Fast das gleiche Wort. Easy, brother. That's the easy. Jetzt soll ich mal hier... Ich leag Code. Ich leag Code. Anführer. Meinst du mit Kaiser Franz Beckenbauer? Oder generell Kaiser würde ich schon mal sagen. Klappe, Birne, Clown, Mars, Siegel, Held. Held würde ich sagen. Soll ich Füßkabelle machen? Also, der Anführer ist in meinen Augen nicht die Dame, sondern der König dann. Wieso? Der König, König. Dame, König. Dame, König. Dame, König. Ich hatte auch Königinnen. Ich dachte, Dame, Wind aus dem Spiel, das ist König. Das muss, Held und... Es gibt auch Königinnen. Ja, aber das ist ja dann nicht der König im Garten. Natürlich gibt es das. Kaiser. Fast. Sehr schön, Eli. Weiter geht's. Grau. Hm. 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 Herbst. Hm. Kann weiblich sein. Ja, ja. Neon von Velo. Das trau ich ihm sogar zu, ne? Oder meint der Dame? Nee, lass einfach beide Zähler, beide nicht zurückarbeiten und dann gegen Tore kassieren. Nee, ich stell mich nächst auf, den bin ich auch auf sechs. Putzen. Besen. Ja, was Besen sind. Okay. Falls wir gleich führen wieder, da kommt wieder einer reingejoit. Mach kurz Sidney Dings da weg. Aber nur bei Führungen oder wenn Wörter einfach sind. Davor nicht. Ja, bis jetzt haben die immer geführt. Ja, ja, ja. Nee, sonst geht das nicht. War immer wieder Mathe? Okay, du weißt, dass ich Würfel davor gesagt habe. Herbst, Vorhang, Mars. Ich behalte Joker und Birne im Kopf, Ados. Ich drücke aber nichts für die nächste Runde. VIP. VIP-Vorhang gibt's. Loge auf jeden Fall. Es gibt VIP-Vorhang. Es kann nur Vorhang sein. Oder Klappe. Aber wer sagt denn VIP-Klappe? VIP-Vorhang. Ich sag, wir haben schon wieder mit der Reihenfolge einfach verkackt. Das ist voll scheiße. Ihr habt bessere Wörter. Ich fick euch. Deswegen, Digga. Fünftemal. Oh Mann, ey, das war unsers. VIP-Klappe. Nö. Fuck, das ist unser Wort gewesen. VIP-Klappe. Digga, das war's nicht. Das war's nicht, ey. Klauen. Du meinst zu klauen. Aber wieso davor Mathe? Mathe-Vorhang? Denny meinst du safe klauen. Joker. Er ist auch manchmal Joker bei Challengers. Birne. Nee. Geist. Klappe. Mammusch. Es muss Klauen sein. Du meinst Klauen. Let's go. VIP-Klappe. VIP-Klappe. Auflauf. Das ist viel zu einfach. Ich muss ein Risiko gehen. Ich dachte, VIP meinst du Joker. Wie viel spielen wir denn? 20. Wie viel wollt ihr uns geben? Okay. Daumen und das ist der Finger. Daumen ist kein Finger. Sehr gut. Brüssel. Europa. Holland. Wind. Gras. Honig. Kuli. Mantel. Felge. Haupt. Digga, da ist Holland daneben. Warum machst du nicht Nachbarland von Deutschland? Hättest du Europa und drei geschrieben, ey. Das ist ne? Fickster. Ja, aber Europa darf ja nicht benutzen, weil es ja das Wort gibt. Ach so. Ja, my brother. Ich bin schlauer, als man denkt. Ich hab Natur im Kopf. Wegen Wind und Gras. Natur 2. Aber da könnte er Stern haben vielleicht. Oder Blitz. Ach, ich mach einfach. Auf Skiern. Digga, brauchst du lange, um den Kalt rauszuholen? Es ist nicht kalt. Holland ist nicht kalt. Ach so, du meintest. Ich merk jetzt erst. Du meinst Brüssel, weil Holland wahrscheinlich nicht von mir ist. Und Europa vielleicht auch nicht. Mabra, maabra, maak. Ich verstehe dich. Willi, wir haben schon wieder richtige Bastard-Wörter. Oh man, ihr habt immer die schlechteren Wörter. Nee, bro. Winzig. Eli, Eli. Eli. Na gut, okay, Willi. Ich geb dir einen Dribbler. Das ist kein Dribbler. Doch, das ist free. Dann mach. Hä? Mach Tour. Ja. Wind? Ja. Gras. Schöne Sache, Heavy. Digga, so krasse Wörter habt ihr. Wie soll man den kombinieren? Jetzt sind sie in der Druckposition. Also zwei Versuchen und ich nehme nur eins. Das geht auch. Endlich. Herstellung. Endlich. Digga, das ist gottlos. Endlich. Man kann Honig herstellen. Man kann eine Felge herstellen. Du kannst aber auch Mante herstellen. Schmied. Schmied meinst du safe. Oh, Fußball herstellen. Fußballherstellung. Schmied meinst du safe. Spinne, Keeper, Fußball, Mitteldichtung. Dichtung im Auto. Weißt du? Herstellung. Lockere Dichtung herstellen. Ich drück noch Felge auf gut Glück und dann geh ich raus. Mitte, Dichtung. Gönn. Oh, aber das wisst ihr jetzt, dass es das nicht ist. Wir machen es erstmal so, weil dieses Wort ist. Einfach. Ich hoffe, er weiß, was ein Schlepper ist, Bro. Ein Kiefer ist kein Boot. Ein Mantel ist kein Boot. Ihr braucht eine Schere hochheben. Es macht alles keinen Sinn, außer Schlepper. Es gibt einen Schlepper. Mittel, Boot, Dichtung, Boot. Alles andere macht nämlich keinen Sinn. Boot, Honig, Boot, Kuli, Bootspinne, Boot, Dichtung. Dichtung vielleicht Boot, Dichtung. Oh, Scherbsrägisch. Schiffstyp, Schiff, Schiff, Boot. Nein, eine Bootbetitlung ist, glaube ich, ein Schlepper. Schlepper, Schiffstyp. Ist ein Schiffstyp. Ein Boot. Ja, ja, doch, drück. Weit, fünf, vier, drei. Digger, wolltest du wirklich auf Ferien hinaus, Eli? Mach weiter. Warte mal, aber... Wir sind keine Schummler. Oder soll ich auf die Frage antworten, Sidney? Nein, du darfst nicht antworten. Digger, ey, das macht doch mal ein Doppler oder so. Das ist nicht dein Ernst. Hä, bei mir war gerade, dass ich erst mal Raten beenden musste. Ey, wir sind dran. Willi, ich kann so nicht arbeiten, RedHawk. Ich kann so nicht. Du hast beendet. Du hast beendet, Bro. Mann, wurde das dann zweimal Boot, Bro. Bro, wieso beendest du? Wieso beendest du? Ey, dass du wirst... Mach zwei, mach zwei, wenn's geht. Na, scheiß drauf, Digger. Ich schwöre, ich kann... Digger, Eli? Nee. Ey, Willi, bei den einen hast du auch schon... Bei den einen hast du dich auch schon verdrückt. Irgendwann ist bei mir die Grenze erreicht, RedHawk. Junge, du Wichser, du musst zwei machen. Hey, Bruder, ich hab alles unter Kontrolle. Nein. Ach so. Er wird's jetzt nicht verstehen, Chad. Er wird's nicht... Er wird's nicht verstehen, dass... Er wird jetzt nicht verstehen. Hey, Willi, die sind vor uns dran. Alter, das ist gleich die Presse. Er muss jetzt checken, dass er Schlepper nehmen muss. Wenn er das jetzt nicht macht, bin ich sauer, RedHawk. Er muss es checken. Ich darf's ihm auch nicht sagen. Mach mal erst mal das eine weg. Mach mal erst mal das eine. Nein, RedHawk, Willi, ich bin wirklich sauer teilweise. Also, jetzt mach erst mal... Mach erst mal... Mach erst mal... Ja. Kommen vier. Vier könnte sein. Mitte ist auch Quatsch. Dichtung. Warum... Warum liest du so komisch, Bro? Er liest so. Warum liest er immer die Wörter vor, die er nicht lesen soll? Er liest so, dass er auch Schlepper nicht nimmt. Immer noch nicht. Schon. Hauptstadt. Ja, Hauptstadt, bitte. Hauptstadt. Hauptstadt. Ja, Hauptstadt. Ja, gut. Wortkombination. Und wehe, du nimmst jetzt nicht Schlepper. Das Ding ist... Bro, wehe, du nimmst jetzt nicht Schlepper. Ich könnte zocken. Er muss Schlepper nehmen. Ja, zocken. Bro, er verbrennt mein Geld, ne? Ich meine das krass ernst, er verbrennt mein Geld. Wieso nimmt er nicht Schlepper? Warum nimmt er nicht... Aber nicht erst mal... Nein, warum nimmt er nicht? Er weiß doch, dass es Schlepper ist. Er hat gesagt, dass es blut ist. Und er müsste nach meiner Reaktion... Bro, ich kann das nicht. Willi, ich raste gleich aus. Real talk. Es dauert nicht mehr lange. Ja, ja, ja. Das ist unfrei. WANNOS! Digga, das ist ohne Witz, Willi. Das ist Geisteskrank. Nein, weil ich... Bro, wieso nimmst du denn nicht sofort? Warum nimmst du es nicht sofort, Bro? Bro, weil ich nicht weiß, ich will... Wir hätten übrigens schon gewonnen, ne? Wir hätten jetzt gewonnen. Er hat ja, wir haben ja... Okay, du meinst, glaube ich, Herstellung und Ort. Drück F-Elf. Wenn er aus Herstellungsort Stern, Europa und Dichtung rausbekommt, dann, meine lieben Freunde, dann will ich von allen die Viewerliste haben. Die Viewerliste und die letzten Chats. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Von Herstellungsort bei Konig-Holland, ja. Digga, bist du dumm? Digga. Wieso freut dich? Das war mies schwer. Also... Man darf es nicht freuen, ne? Nur du darfst dich freuen, oder? Also, Jungs... Ich wollte Union nehmen, aber dann hättest du vielleicht auch Holland genommen. Union? Ja, wegen Europäische Union, Europa und Stern. Digga, dich, dumme Stern. Hätte ich Flagge genommen, hätte ich Fahne genommen, dann hättest du auch safe Holland genommen. Ich konnte gar nicht von Holland direkt. Der ist hart. Kreis. Okay. Der ist hart. Ey, das kennen die Wörter nicht. Guck dir schon die Wörter an, Willi, und mach dir so Gedankenspielchen, welche zusammenpassen könnten. Aber sehr geiles Game Chat. Müsst ihr mal wirklich mit euren Leuten spielen. Oh, geil. Also, wenn wir Pauke und Marina haben, beide, dann raste ich aus. Ja, was wird's los? Taube 2? Ja. Ja, Vogel, würde ich sagen. Also, Vogel muss sein. Alles andere... Oh, ah, Schnabetier. Schnabetier ist schlau. Ja. Ja, glaub schon. Vogel, Schnabetier. Ja, schlauen Läden, Digga. Hoch 4, Digga. Also, wegen Ding. 2. Also, es ist schon mal Tor. Ich weiß nicht. Es ist Dach. Es ist eine hohe Brücke vielleicht. 4. Ich kenne nur Dach, Pauke. Ist das nicht, wenn man so... So, bevor man einen Körper macht, glaube ich, ist das? Wenn man dann so springt. Ist der dumm? Jetzt mal ehrlich. Also, Dach, Turm sind safe. Ein Turm? Ja. Hätte ich auch gemacht. Ach, du bist... Oh, nein. Ich dachte, ihr seid nicht dran, wenn ein Ding. LOL, war das Kacke vor euch. Ich hätt auch... Ich hätt wie eine 1 Turm genommen. Wie eine 1 hätt ich Turm genommen. Ja, das wollte ich auch. Hier. Ruhig, hier. Hä, ich sitzei? Rolex? Ich wusste nicht, dass dann direkt eine andere dran ist. Boah, aber... Ach so. Ja, Uhr. Aber Willi, du kannst auch versuchen, mir mehrere zu geben und dann mache ich einfach nicht. So, das geht auch. Ja, aber das haben wir vorhin bei Vorhang probiert. Ja, das stimmt. Aber... Wir müssen... Hoch 33, ey, doch, soll das heißen. Ja, nur eine 3. Was heißt 33? Überleg, was die 33 heißen kann. Was ist mir am safesten von dem? Oder ein Dach ist schon hoch. Nein, ich nehme Dach zuerst. Oder Brücke zuerst. Ich nehme Brücke zuerst. Ein Dach ist hoch. Willi, du musst mir ein paar gleich was geben. Weird talk. Ich kann ja auch abbrechen. Nur, dass ich was ein bisschen auf mich... Dass du mir Futter gibst. Schwer. Was ist noch hoch? Kann ein Funken hoch sein? Passt, 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 passt. Passt, okay. Zwei. Irgendwie. Trusted, trusted, trusted. Irgendwas. Gib mir irgendwas Spiel auf. Cowboys. Cowboys, Bro. Zwei Wörter. Nein, du kennst mich. Cowboys. Man sagt entweder Cow nur. Da steht ein Wort unten. Ein Wort, glaube ich, ja. Ja, es ist Bulle. Dann muss es Bulle sein. Ja, Bro. Ja, wie? Ja, aber da war du. Das ist nicht meiner, Willi. Das ist nicht meiner. Oh mein Gott. Du nimmst Cowboy. Also jetzt mal ehrlich. Worauf reitet man denn? Worauf reitet man? Ein Cowboy ist ein Amerikaner. Worauf reitet man? Was sollst du ein Lörr haben? Ja, aber ich weiß nicht, dass du denkst, dass ein Cowboy auf dem Bullen reitet. Wie kannst du denn bei einem schwarzen Wort Cowboy? Bro, die reiten doch auf Bullen. Die reiten doch auf Bullen. Eigentlich auf Pferden, Bro. Es ist so krass, ne? Boah, ich hab was richtig. Ey, ey, sorry, Bro. Also 60 oder 40 habt ihr jetzt. Warum denkst du dich? Ich tu meine Beine weh. Digga, es gibt einfach Schere. Hilf sie. Einfach. Ey, das legt der Handy weg. Trug jetzt die scheiß Begriffe da an. Ein Zockfeldi. Wow. Hm, coole Überlegung, Hayley. Ich glaub, ja, nice, nice. Digga, ich werd ihm Pflug so erklären, irgend mit so komisch. Ich schreib einfach komisch rein. Komisch eins oder irgendwie sowas. Digga, das Wort. Tresor. Haus des Geldes ist ne Serie, da gibt's Tresor. Auch. Beispiel. Alles, ne, alles jetzt Beispiel. Ladebad, Ladepflug, Ladebox, Ladealpha, Lage, Tresor. Ey, Eldos, tweet das mal. Ich mach Lade, weil wenn er es falsch macht, dann weiß er, dass es Kabel ist nachher. Ich sag Lade. Schaffst du, ihr Lieber. Hast du sie verschrieben? Nein. Geh die Wörter einfach durch. Lade Maus. Inzwischen, ne? Ja, Bro, weißt du was? Bitte, Eldos. Ich will nicht. Komm kurz runter. Ich geh kurz mit dir in den anderen Discouch. Weißt du was ein Pflug ist? Ein Pflug, soll ich's dir erklären? Nein, 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 aber weißt du was es ist? Wie soll Willi, wie soll man das checken? Ich weiß jetzt auch was es ist, aber... Ja, guck, du müsstest halt... Und Lenker. Wie dumm ist Lenker. Du müsstest halt letztes Wort hinbekommen, ne? Ja, letztes Wort und dann irgendeine richtige Kacke. Aber Lenker und Pflug zu kombinieren ist nicht möglich. Haare, okay. Bart. Babyhaare gibt's auch. Bach, Maus, Alfa, Lenker, Loch Ness, Pflug, Opa, Blatt, Transporter, Titz, Becker, Box, Mini, Turf, Lott, Träse. Ja, das gibt's ja auch sein. Fuck. Baby, als ob du weißt was Babyhaare sind. Der weiß, der kriegt Halfcast. Der kriegt Halfcast. Ja, das haben so schwarze Frauen, der das ist was so krass ist. Willi seinen Bart zum Beispiel. Ja. Let's go. Natürlich weiß ich Halfcast, dieses Oben. Ja, das war mein Mann. Mit Zahnbürste, Brie. Das ist runde, Körlige. Ja, du magst es? Du magst es? Du magst es? Willi, soll ich das dazuschreiben oder einfach so? Ja, du magst es. Willi. Okay, warte. Ja, lass mich hören. I'm not gonna lieb, you're really cute. Das Einzige, was... Okay, Bus ist nicht klein. Maus macht Sitz. Maus macht Sitz. Alpha ist groß. Weißt du, Spurall. He got the light skin rigged. Einzige, wovor ich Angst hatte, ist eine Box. Fluch, aber alle Seiten und Kerl sind. Okay. Okay, ich gehe mit Maus. Ja. Und Mini. Mini ist einfacher. Und ich gehe mit Mini. Weil Mini ist was anderes. Du bist ja Mini. Ja. Sehr gut, oh, sehr gut, Bro. Flug, ihn umschreibe und dass es nichts mit Schmach schummelt. Musikfilm. Ich bin, ne? Bach. Bach ist auf jeden Fall ein Komponist, aber das weißt du nicht. Alpha. Leiter. Loch Ness. Ich glaube, du meinst einmal Oper und dann meinst du vielleicht noch Transporter, den Film. Auf schlau. Loch Ness könnte auch noch ein Film sein. Weil ich davor Transporter-Film meinte. Nein. Hast du das bis hier gemacht? Ich kann mich nicht mehr rezentrieren. Ich schwöre, es geht nicht mehr. Ja, ich schwöre. Eli, doch zwei Fragen, Maxim. Ich kann nicht, Bro. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht mehr. Bro, diese Wörter. Was 12 mal 1? Alter, sie höre mich so auf, die Wörter. Ich kann mich nicht mehr. 8 mal 9. Das ist... Mit einem Tier, wenn man 7 mal 8 rechnet, durch 3 ist einfach das gleiche, wie wenn man 9 mal 12 rechnet. Ich kann nicht Musik nehmen, wegen Musikbox. Ich kann Strecke nehmen, wegen Bus. Aber Strecke, dann würde ich einfach Bus, dann würde er doch Tour. Ich kann, es geht nicht. Das kann ich ja bauen. Es geht nicht. Ich lass los. Ja, nur ein. Es geht nicht. Ich habe überlegt. Anscheinend weiß der Chat eins so. Alle schreiben Lost, aber es ist... Ja, der Chef weiß immer. Linker ist ein Fahrer. Okay, Bus, Strecke, Bus, Strecke, Tour. Tour ist eine andere Frage. Ich will Blatt noch da, weil mit Blatt kannst du irgendwas machen, aber Tour muss weg. Bus und Box, Fick, Tour. Lenker und Blatt, vielleicht Komponist, vielleicht checkt er das. Sehr gut. Dokumentation. Okay, jetzt willst du noch Ness. Hätte ich auch so gemacht. Der, dumm Kopf. Ness hat sich sowieso angeklickt, wie ein Film von davor. Ich hätte immer was Neues nehmen müssen. Aber was meinst du jetzt? Dokumentation. Ich drücke einfach Pilot. Ja, das wird zu von mir, Adolf. Ich habe eine Option und zwar, ich sage euch, was meine Option ist. Ich will jetzt Baum hinschreiben, dann macht er Blatt weg. Dann machen die einen Einzelnen mit Bach und Sitz und dann schreibe ich Dreckswörter. Und das muss er dann checken. Anders geht es beim Nesschreiden. Tresor ist kein Dreckswort. Das wird er verstehen. Nee, das ist ein Dortmund. Okay, ich habe eine Stradvilly. Ein Dortmund. Aber ist nicht hinten mehr? Hansa, ich muss wirklich löschen. Doch, das hat er. Warum denn? Tresor, Rosa, May. Oh mein Gott. Stopp. Okay. Zwei, du kannst finishen, ne? Die können auch finishen, eventuell. Die Struggeln, warum? Parlament. Nee. Bus und Bach nicht. Alpha. Könnte sein. Das ist aber echt eine schwierige Runde. Digger. Safety is better. Digger, Alpha ist doch so dieser Anführer, ne? Alpha-Team. Ja, Box und Sitz. Es muss Alpha sein, Englisch. Trägt Alpha oder Lenker. Alpha, Alpha. Nein. Digger, die haben dreimal. Egal. Dass sie dreimal falsch machen und dreimal so ein Weißes bekommen, ist aber auch respektlos. Okay, Willi, das war jetzt meine Strad. Nee, was wir risken. Ich habe es genau so prediktet, dass das passieren wird. Dass das nicht, Junge, eh, die Aschung meine Wörter auf Leicht sind. Nein, nein, nein. Ich sage ja, es ist geisteskrank. Es ist auch schwer. Das ist mein Call. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Ich habe alles probiert. Ich habe alles probiert. Du kannst jetzt, es sind, also, du kannst es schaffen. Ja, also, nein, nein, guck dir doch mal die Wörter an, Bro. Guck dir doch mal die Wörter an. Ey, ey, Eli, mute dich. Mute. Also, Box ist es nicht, Tresor ist es nicht, Becken ist es nicht, Rosa ist es nicht, Bus ist es nicht. Es kann nur, es kann nur, es kann nur, Flug, Lenker, Bach. Ja, und Bach, Bach ist einfach, Bach ist Lenker und Flug, Tresor, verschließen, bla bla, Box, eventuell. Was? Warum denn, Box? Becken. Da hätte ich Musik geschrieben oder so. Abschbecken und Haushalt und so. Oder, Flug. Ja, Flug, Flug. Das größte Schwanzwort, was es gibt. Weiß ich nicht mal, was es ist. Ja, nimm das. Das kann ein Dreckswort sein. Ja, natürlich ist es ein Dreckswort. Nimm das bitte, nimm das bitte. Okay, Digga, das hätte ich doch jetzt schon lange genommen. Flug, das hätte ich doch schon lange genommen. Wie willst du das erklären? Okay. Und jetzt ist 50-50. Und jetzt ist 50-50, jetzt alles anspannen. Ja, das ist die Frage. Und dann wäre es ein schlauer Nebencall von mir, weil Lenker und Flug hinzubekommen, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, aber Digga, er sagt sich mir Dreckswörter. Flug plus Lenker hätte ich einfach Landwirtschaftsgerät oder so genommen. Fakt, Digga! Er weiß nicht, was Flug ist, hat er so immer gesagt. Für mich ist es ein 50-50-Ding. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt, ruhig. Es ist Lenker oder Bach. Es ist 50-50-Ding. Lenker oder Bach. Er muss entscheiden. Aber vorhin das mit Cowboy war krass und er sich einmal verklickt hat. Er muss das jetzt checken. Wenn er Bach nimmt, ist es nicht schlimm. Aber er muss Lenker oder Bach. Nein, ich weiß es nicht. Ich kann nichts. Ich kann schon nicht wissen. Oh, er hat beendet. Ja, schreiben. Ey, das kommt. Da ist der Fluss. Da ist der Bach. Let's go. Lenker. Die sie ist da. Bro, bitte, Willi. Es muss doch 50-50 sein. Du musst doch eins davon nehmen, weil sonst hätten sie ge... Das ist doch... Bro, ich sag's... Ich hätte an Willi's Stelle Bach genommen, aber das war unser... Aber ist Bus für dich ein Dreckswort? Becken, Box, Tresor, Rosa? Lenker oder Bach muss es sein. Anders konntest du das nicht machen. Ich schwör war schwierig. Aber gar nichts nehmen ist großer Quatsch, weil dann nimm die doch einfach. Ja, also 50-50 ist besser als aufgeben. Es muss der Bach oder Lenker sein. Aber warum muss es Bach oder Lenker sein? Weil Box, Becken, Tresor, Rosa und Bus keine schweren Wörter sind, Bro. Ja, Dreckswörter ist gut. Ja, weil Dreckswörter vielleicht schon kombinieren. Na, aber ist Becken, Box, Tresor, Rosa oder Bus ein schwerer... Digga, wenn es Bus wäre, hätte ich doch Fahrzeug genommen oder so. Da hättest du... Digga, ich hebe auf jeden Fall meine Schere für die Runde davor. Die 20 kann ich auch übernehmen. Aber für... Und Box meintest du auch, Bro? Box ist... Also... Da sage ich auch, dir ist nicht so schlimm, aber da hättest du raten müssen. Weil da hätten die doch eh gewonnen. Ist okay, das war die... Das war die schwierige... Ristan! 80! Was ist das? Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020